Freunde, das ist mein Hund Bobby und er wird heute entscheiden, welche Waffen ich in Fortnite benutzen darf. Aber wo ist Bobby? Bobby? Wo bist du? Oh, da ist er ja! Dann kommen wir jetzt mal zur Challenge. Und zwar haben wir hier sechs verschiedene Spielzeuge in allen möglichen Farben. Wir haben Grau, Grün, Blau, Lila, Gold und sogar Mythisch. Also komm schon, das ist ein Drache, der ist Mythisch. Das soll die Waffenseltenheit Stufe in Fortnite darstellen. Ich werde gleich alle Spielzeuge gleichzeitig hochwerfen. Bobby wird eins auswählen, dann darf ich nur mit den Waffen dieser Seltenheitsstufe spielen und muss versuchen, einen epischen Sieg zu holen. Hast du alles verstanden, Bobby? Ja, ja, Brody. Dann können wir ja loslegen. Erste Runde, Freunde, welche Waffen werden es sein? 3, 2, 1 und... Los, Bobby, such! Welches soll es sein? Brüllen will er schon mal nicht haben? Mythisch? Nein, kein Mythisch. Los, Bobby, such eins aus! Das Graue. Er will das Graue haben. Boah, er nimmt das Graue. Das ist fast so groß wie er. Ey, der läuft sogar weg damit. Okay, Leute, hier bin ich. Guckt euch das an, Freunde. Bobby ist zurück im Spiel. Ey, was machen die denn da? Die spielen da Schach oder so. Egal, Freunde. Ich habe mich umgezogen. Ihr seht es ja schon. Es gibt die neuen Wannabe-Shirts. Jetzt auf jeden Fall schon mal im Kopf mitbehalten. Die kommen bald raus. Und gönnt euch die auf jeden Fall. Die sind richtig geil. Die gibt es in voll geilen Farben. Die gibt es in weiß, schwarz, bisschen rosa hier. In türkis. Ich feiere das mega ab. Ey, du kleiner Rotzlöffel. Witzig hier prügeln, oder was? Wir machen jetzt den Fokus auf die Bobby-Challenge. Wir dürfen in dieser Runde, Freunde, nur graue Waffen benutzen. Und müssen damit die Runde gewinnen. Ey, wartet mal. Ich habe die falsche Arme ausgewählt. Ich habe ja rot dabei. Frage ist doch, wo gehen wir runter? Guckt euch mal diesen Gleiter an. Das bin ich eigentlich, Freunde. Ich bin nämlich ziemlich planlos. So, du kriegst das Prügel von Bobby. Ah, der hat eine Waffe dabei. Oh Gott, weg. Oh, ich habe auch eine. Na, hör mal. Leg dich nicht mit mir an. Oh Gott, da schießt noch einer. Ich bin mir so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Lass Bobby in Ruhe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wie geht diese Challenge los? Da muss ich. Langsam absolut groß. Oh, da ist jemand. Hello, it's me. Los, es ist Bobby-Time. Tschüss, hau rein, Mann. Nein, ich habe dieses Spieler-Ding immer noch aktiviert. Er hat mir letztens einer geschrieben, der meinte, das wären nur Bots. Das stimmt doch gar nicht, Mann. Die haben nur alle denselben Namen. Oh, oh. Oh, ich bin fast in der Lobby drin. Oh, wir haben ihn. Let's go. Wir werden fast in der Lobby gelandet. Oh, da ist noch einer. Der ist gerade genockt worden. Wo ist der Typ? Der ist unsichtbar. Hilfe. Was macht Bobby eigentlich gerade? Lass mal nachgucken. Haha. Der gönnt sich das Spielzeug. Uh. Was willst du von mir? Stirb, Alter. Hä? Ich glaube, der wollte mich unterstützen bei dieser Challenge. Du bist ja der Allerheftigste. So, chill out, Bro. Du hast es auch hinter dir. Ihr seid zwar aggressiv, aber nicht so gut. Aber wieso gehört der nicht zu dem? Das heißt, hier ist irgendwo noch ein Irrer. Darauf erstmal ein Chitty-Chitty-Peng-Peng, Leute. Haha. Easy. Boom. Ausgeschaltet. Bobby hat's geklärt. Oh. Da schießt noch jemand. Es ist der Boss. Stell weg hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Bobby, Alter. Ich sagte, deine Herausforderungen sind viel zu einfach für mich. Vom Begentrainieren, Friseur gehen und so. Hätte ich gar nicht gebraucht, Mann. Eilen uns mal kurz. Der Dino ist tot. Ich werde diese Challenge schon easy peasy schaffen, Mann. Chill mal gerade. Ich will nur den Big Pot haben. Oh. Äh. Das gefällt mir gar nicht. Tschüss, du Loser. Du musst hierbleiben und ich kann gehen. Wuhu. Der Tannenbaum weiß noch nichts von seinem Glück. Es ist doch gar kein Weihnachten, Mann. Den werden wir jetzt ein bisschen auflauern. Gehen in die Kampfposition rein. Dähdimm. 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 Ich bin der weiße Hundehai für dich. Hat der Bopp die Waffe dabei? Und. Oh oh. Da vorne ist ein Team-Mate. Hallo, Jungs. Äh. Ich gehöre dazu. Ey. Warum schießt du denn auf mich? Hallo. Ich bin der Hund dieser Gruppe, Mann. Und zwar der Anführer. Ey. Oha. Tschüss. Okay, Bobby. Ich werde angegriffen. Ich brauche doch deine Hilfe. Ey, freu dich. Weil ich was tun soll. Die wollen einfach nicht mit mir chillen. Ey. Jetzt hört aber auf, Alter. Du spitzt ja wohl. Die Idee, wir werden einfach wegfahren Und wir können auch Auto fahren Und weg hier, tschüss Wer schießt hier auf mich? Wiggle, Wiggle Oh Gott, Unfall Wir werden explodieren, das ist gar nicht cool, ich hab einen weggecheckt Bobby, was soll ich tun? Wir brennen Nein, ich hänge fest, ich komme nicht raus Oh Gott Es brennt alles Ich weiß nicht, was ich tun soll Aber ich lebe immer noch Ihr seid so schlecht, man, ihr könnt überhaupt nichts Einer ist down Wo ist der andere? Nein, ich treffe ihn Okay, wir sind tot Das hat jetzt keiner gesehen, das lief gar nicht Bobby, guck mal Drei, zwei, eins Bobby Er wollte das blaue haben Er nimmt das goldene Okay, auch mit den goldenen Waffen ab Nächste Runde, Freunde Neue Runde, neues Glück, aber was ist das denn? Ey, ich sag euch, diese Lackierung ist nicht von mir, Mann Die hat mir Bobby untergejubelt, der will mich schwächen oder so Wir dürfen auf jeden Fall nur goldene Waffen verwenden Ich markiere jetzt einen Lamy Komm schon, los, ich markiere einen Hund Wieso gibt es eigentlich keine Hunde in Fortnite? Ich verstehe das nicht Es geht los, Leute Drei, zwei, eins Go Oh, es ist dunkel Ich mag kein Dunkel Ja gut, Freunde Wir dürfen in dieser Runde nur goldene Waffen verwenden Die Frage ist, wo kriegen wir die her? Wartet mal, ich habe eine Idee Eine richtig gute Idee Ich weiß, wo ich goldene herkriege, aber ich habe noch 200 Gold Aber vielleicht klappt das Ganze trotzdem Wenn nicht, muss ich in die Lobby zurück Oh, es wird hell Oh mein Gott, da ist der Boss Hallo Kumpel, Aura, was machst du denn hier? Gib mal ein paar Schlüssel her, los, schnell Damit hat Bobby nicht gerechnet Der hat gedacht, ich würde keine goldenen Waffen finden Übrigens habe ich mir vorgestellt, dass wenn Bobby gewinnt, wird er alle Kuscheltiere kriegen Und wenn nicht, behalte ich die einfach, spiele ich damit Spaß mache ich nicht Oh, guck euch diese Waffen an Oh mein Gott Ey, Bobby, Alter, du hast keine Chance, Mann Dass wir die Bobbycam anmachen, ist bestimmt voll sauer, deswegen Weil wir nur goldene Waffen haben Aha, Bobby Okay, jetzt ist ein bisschen abgelenkt Oh mein Gott, ich kenne mich für selber Wir müssen ein bisschen den Fokus halten Es ist ein bisschen eskaliert, Mann Ich wusste nicht, dass das passieren würde Wow Ich würde nur ein paar Sachen kaputt schießen Was, euer Ernst, wie mache ich dich jetzt kaputt, Mann? Das hast du jetzt davon Stellt euch jetzt mal vor, ich dürfte nur goldene Heilung benutzen Nur diesen Fisch, Mann Da wäre ich verloren Aber du bist hässlich Weg mit dir Bobby ist beschäftigt Liebt alle Kuscheltiere Ey, wartet mal, der hätte ich auch Waffen kaufen können Oh, oh, ich glaube hier ist irgendwo jemand Ich habe doch kein Blueschild, Mann Leute, was machen die denn da vorne? Die sind bei Dr. Sloan unterwegs Okay Hier werden wir uns schnappen Bobby, wenn du das sehen könntest Hört auf, wer ist denn da im Busch drin? Oh Gott Es ist eine Sturmtruppe Was willst du von mir? Weg, du Klonkrieger, Alter Mach mal kein Auge Den holen wir jetzt von oben Oh, oh Nein, ich bin hier oben gelandet Oh, ich wäre fast gestorben Das wäre richtig heftig geworden Nein, 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 nein Das ist niemals passiert Wie kann man so lost sein? Drei Zwei Eins Los, Bobby Oh Gott, sie sind alle aufeinander Welche Seltenheit würde er auswählen? Er ist blau Er wollte eben schon blau haben Okay, Freunde Alles entscheidende Runde Ich habe jetzt einfach Bobby in meinen Rucksack reingepackt Ich brauche ihn Ich brauche seine Hilfe Wir dürfen in dieser Runde, Bobby Nur blaue Waffen verwenden Egal, wie erzähle ich denn das? Okay, Bobby Wir dürfen in dieser Runde nur blaue Waffen verwenden Ey, wartet mal Wem erzähle ich das eigentlich? Bobby weiß es doch selber Woher kriegen wir blaue Waffen? Hauptsache, sie sind voll die Gegner aktiv Ich muss das schaffen Wenn ich diese Runde nicht überstehe, Freunde Dann wird Bobby das Ganze gewinnen Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben Was ich Bobby dann kaufen oder schenken soll Und dann mache ich das wieder Beim letzten Mal hat der auch dick abgestaubt Ach, die ist überhaupt gar keiner Was soll ich tun? Die ist nicht mal eine Waffe Egal, wir heilen uns erst mal Chili Millie Edition Oh nein, da ist jemand Wer bist du denn? Ah, du darfst die Waffe nicht haben Ich darf sie auch nicht benutzen Wow, da ist Naruto sogar noch Schnell vollheile Bevor die Bienen kommen Oh Gott, er killt mich Ich muss hier weg, Mann Ich bin so gut wie tot Kommt vielleicht wieder, wenn ich eine blaue Waffe habe Ah, da ist einer Let's go Die erste blaue Waffe einfach nach Stunden Wir könnten theoretisch auch eine exotische holen Aber ich weiß, ihr Stingel sackt dann eh wieder Nee, das zählt nicht Wo sind denn die Gegner? Kommt die da hoch Spring Oh, da vorne ist jemand Wieso rede ich so komisch? Oh, was machst du denn hier? Hallo? Seid ihr irgendwie hier am Sliden oder was? Macht ihr ihn fest oder was? Timmer down Was ist mit dem zweiten? Er ist gar nicht so einfach mit dem Dino hier Aber wir reißen uns zusammen Ich habe noch nie mit dem Dino gebaut Ich habe so viel Ballast, Mann Ich habe einen Dino und einen Bobby dabei Oh Gott, kein Problem Easy peasy Zwei Kills Wieso bin ich eben überhaupt gestorben? Ey, der hat auch noch eine Waffe dabei So, die Waffe haben wir dabei Und da schießt wieder jemand auf uns Oh Gott, der ist unsichtbar, oder? Wow, es ist Fischkopf Deluxe einfach Captain Fischbacke Stirb Los, Dino, reiß ihn Oder Bobby, schaltet ihn aus Los, killt ihn Und? Oh mein Gott, nein Er hat Dino gekillt Und Bobby reagiert darauf einfach Mit Abwesenheit Oh, da ist eine Pampe dabei Danke, Bruder Da, da, da Da schießt wieder einer auf mich Wieso versteckt ihr euch alle? Alle, wir spielen kein Heid in Sieg Ich habe es doch geradeaus schon mal gesagt Willst du ein bisschen Feuer haben, ne? Ich würde es doch bitte einfach machen Ich will nicht mit euch spielen Geht Oh, er ist direkt rausgegangen I love it Danke für den Gratis-Kill Was ist Bobby eigentlich? Gold Hä, hat der Knochen im Mund gehabt? Was war das gerade? Hä, ich habe es nicht richtig gesehen Würdet ihr eigentlich diesen Slurp Juice trinken, Freunde? Wenn es den echt geben würde? Dann könntet ihr einfach länger laufen Wäre doch cool, oder? Ey Bobby, hilf mir Ich werde angegriffen Okay, hat sich erledigt Bobby rastet aus Der dreht sich sogar Ey, ich mag diesen Skin Aber ich bin dafür Es gibt jetzt einen Bobby-Rucksack-Pack demnächst Fortnite bringt das mal rein Bobby ist einer der bekanntesten Hunde, die ich kenne, ey Der ist berühmt einfach Berühmter als ich sogar Jetzt gibt es einen Angriff Attacke Erster schon down Und der zweite Oh, tschüss Bobby hat geklärt Das ist das, was wir Mal wieder ein bisschen Chitty-Chitty-Pack-Pack Easy Edition Ich sag's euch Kein Problem für mich Hier Armen Die haben das so gefeiert Und dann gehen die einfach so drauf Äh Jetzt kann man sich sicher sein Vor dem guten Wannabe Ist man nie sicher Das ist ein Fisch, glaube ich Lol Ich habe sogar diese Fischlackierung drauf, glaube ich Den schnappen wir uns jetzt Du wirst sehen, was es heißt Wenn du dich mit dem Dschungel anlegst Mit mir und meinem Hund Los, geh drauf Er geht auf Okay, war easy Du wirst das jetzt machen Wir werden das Ganze wieder zubauen Weil wir gönnen den anderen einfach nicht Ich möchte nicht, dass das jemand anderes bekommt Merkt euch das, Freunde Gönnt anderen nicht Spaß gönnt anderen Hallo, wer bist du denn? Wollen wir Freunde sein? Ich habe ein paar Tränke für dich Du bist doch ein Renegade-Wader, oder nicht? Hallo Sei doch nicht so Wieso seid ihr heute alle so? Ey, wie ekelhaft Na gut, dann wirst du halt drauf gehen Tut mir gar nicht leid, Mann Stirb weg Oha, er ist aufgeplatzt Schade Wie eine Piñata ist er zerstört worden Wo sind die restlichen Gegner? Oh, da vorne ist jemand Was juckt an meiner Nase, Freunde? Was soll ich tun? Ich kann jetzt nicht Du musst warten Willst du eine kleine Abreibung haben, oder was? Was lässt du über Bobby, Mann? Bobby ist der Süßeste Du bist wild Und gleich bist du tot Ey, Freunde Sagt mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren Was ihr für Hunde habt Und wenn ihr keine Hunde habt Dann schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein Welche Hunde hättet ihr gerne? So, du darfst dir leider keinen mehr aussuchen Weil du wirst jetzt runterfliegen Und auf immer wiedersehen Tschüss Ich könnte das den ganzen Tag machen Bobby rastet auch voll aus Oh, da schießt jemand auf mich Es ist Blaumütze Was machst du denn hier? Wisst ihr noch damals, Freunde? Als Fortnite ultra-Hype war Da gab es einfach jeden mit dieser Blaumütze Hat einfach jeder diese Blaumütze gespielt Und jetzt kommt sie einfach wieder zurück Das heißt, Fortnite wird bald wieder abgehen Und? Ah, wieso lebst du noch? Okay, jetzt nicht mehr Die Blaumützen waren halt immer voll schwach Okay, es leben nicht mehr viele Nur noch acht Gegner Ab in die Zone Oh, oh, hier ist jemand Hallo Jungs, was macht ihr denn hier? Uh, der eine ist von Naruto Das weiß ich ganz genau Was wollt ihr denn hier gegen mich machen? Wollt ihr mich abbauen oder was? Hä? Bleib mal weg, Mann Mir gefällt das überhaupt nicht Oh, da schießt uns einer runter Muss weg Ich hab doch immer so Panik Ich will nicht durch Falsschaden sterben So, wir schießen dich jetzt runter Und jetzt bist du tot Ich bin so ekelhaft Oh, oh, der ist hier irgendwo gelandet Oh, oh, da schießt noch einer Wer bist du denn? Haha Der hat einfach ein cool Outfit an Und weg Kopfschuss, hieß der Hä? Was liegst du denn da so rum? Wo ist dein Mate? Lol, der war unsichtbar Ich wusste gar nicht, dass das geht Wie clever Aber nicht clever genug für mich Wir haben beide Als ob das geht Wir müssen mal Mythen klären, Freunde Oh, liegt schon 13 Kills am Start Ich sag euch Mit Bobby zusammen bin ich einfach unbesiegbar 14 Kills am Start Und nur noch zwei andere Könnt ihr nicht einfach sterben? Ich will einmal gegen Bobby gewinnen, Mann Deine Challenges sind voll eklig Ich sag's dir Okay, die letzten sind voll gut Oder mega schlecht Und sterben jetzt durch die Zona Uh, okay Die sind wirklich gut Hilfe Was soll ich dagegen machen? Der Sieg ist noch gar nicht so sicher Das einzige, was sicher ist Ab 2.8. Freunde Könnt ihr die T-Shirts von mir kaufen? Überlegt euch das mal Wo es noch warm ist Die sind auf jeden Fall Big Baba Buu Geil Die sind auf jeden Fall richtig geil Oh, der ist über mir Nein, ich bin außerhalb der Zone 10er Ticks Das ist gar nicht gut Panik, Panik, Panik Ich werd das verlieren Nein, Bobby, du hast es schon wieder geschafft Ey, es war so klar Ich werd einfach nur Zweiter Das gibt's einfach nicht Ich kann nicht mehr gewinnen Guckt euch dieses Gesicht an Bobby hat die Runde gewonnen Das heißt, er gewinnt alle Kuscheltiere Und noch irgendwas Was ihr in die Kommentare reinschreibt Seid kreativ Lasst ein Like und ein Abo da Fragt meinen Creator-Code ein Dann hören wir uns im nächsten Video wieder, Freunde Das war ja gar nichts Das war ja gar kein Okay.